mb2 battle leider mit mit kelle gegen nilz und jonas ja auf quarry naja hab leider meine barrette nicht mit der ist auf den brücken 2000 die bombe ausgehen ich habe es nicht gesehen ja gelaufen der war ich habe den nur ganz kurz gesehen der jetzt nichts genau sei ja ich will jetzt nicht genau sagen obwohl er von dir ist das hätte sein können dass sie zu arg laufen ja passt einfach auf aber wenn ich gesehen ob er das auch so dass es nur ganz kurz weitergelaufen wäre ja 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 Nein. Ja. Bester hier. Ja, was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? No, Scope einfach mal schießen. Ja! Kann ja klappen, Lucky Headshot oder so. Ja, besser als der Dufo da zu spielen ohne zu schießen. Da wäre ich wohl aufgestanden. Aufgestanden und weggegangen? Ja, wäre das Lucky Headshot gewesen, wäre er dann nicht. Wäre schon ziemlich scheiß gewesen. Nice, Elkia. Ja, das wird auf dieser Web noch öfter vorkommen. Kelle ist irgendwo A-Richtung. Also der hat mich bei A gekillt. Ah, Kelle ist so ein Intervention-Spasti, Alter, ey. Ja. Echt, du Waffel. Ingenie. Hattest du wieder Mitte geguckt, Jonas? Ne, ich war bei A. Ich war bei A unter dem Fenster. Oh, das ist ein Fenster, wie du schattest. Oh, guck mal. Hat der grad drei Hits gefressen? Ne, zwei. Oder waren das nur zwei? Ne, drei waren das. Das waren drei. Ne, der eine hat doch noch nicht als Z-Marker, glaub ich, gezählt eben. Ja, drei haben sie als Z-Marker immer gezählt. Die hat jetzt sechsmal geschossen oder so. Ne, jetzt haben wir nur zwei gezählt als Z-Marker, glaub ich. Ist egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein bisschen schluggerlich. Das können wir festhalten. Sollte ich hinzeln sterben? Bei Schuss normal. Weil ich bei dir zwar immer mit einem Schuss sterbe. Oh, ja. Da ist der Noobfilter da drauf. Irgendwann, weil es keine Bisschen drin ist. Ist ich keinem, wenn man in der Mitte traut, um mal zu gucken, ne? War ja echt toll. Äh, da war einer mit der Kelle. Hm, aber bin ich da, wo ich geguckt habe. Das ist schön für dich. Boah. Dann nehme ich Nils. Aber der ist jetzt weg. Oh, ich hab geschossen. Ich hab geschossen. Ja, ich kann gerade nicht. Ich hatte gerade einen Besuch von der Ecke. Ja, man ist in der Halle irgendwo. Einmal okay, Bitches. Ich auch. Ja, ich bin auch weg. Ja, ich bin auch schon weglaufen. Also, Erkin, du darfst dich nicht bei der Ruhe aufgeben, dass die Waffen nicht wanted ist. Das stimmt. Ich hab's gerade so survived. Ja. Aber auch. So, hab ich dich doch gesehen. Wurde von, äh, im A-Haus gezählt. Also, den Übergang zwischen A- und B-Haus da oben, wo man rumduschern kann, war unten. Und da ist das hinter dir. Er hat schon wieder einen Schuss ausgehalten. Er ist ja nicht Wann schon, Nils. Oh, das ist noch fast. Oh, die Gaymoor, ey. Zum Glück, ich hätte das tatsächlich nicht geschafft. Ja, ich wollte auch direkt defusen. Ich wär eh an Fallschlagen gestorben. Klai sind gay. Ich mag die. Rapper. Suchen und zerstören. Lass ihn verteidigen. Alter, ich ja so, jetzt stirbst du aber mal wieder One-Hit, ne? Oh, nö, eigentlich nicht. Ist nicht geplant. Geht heute nicht in meiner To-Do-List. Nö, hat zwei Hit gebraucht. Schau an, ne? Alles nice. Ja. Er ist, äh, kannst ruhig hinsetzen lassen. Kofferchen. Alles klar. Alles klar. Die Bombe wurde platiert. Ich probier's mal. Auch so klappt. Entschuldigung. Tust du. Alles klar. Da ist jemand blind. Ich muss nicht spielen. Das war ein bisschen erschrocken. Ne, aber ich geh mal davon aus, er war da in der Ecke. Aber es war eine Claim, oder? Weil ich mich ausgelöst habe. Suchen und zerstören. War nicht fresh. Ja, die Clare ist gesinnt. Ich weiß ja nicht, ey. Wie war geflasht? Ja, ich weiß. Habe ja jetzt noch mal in zwei. Ja, so in die Richtung gebrochen. Ja, ja. Ich frag mich ja nicht, warum es nicht funktioniert hatte. Ja, ja. Jetzt ist noch hinten bei dem im Spawn-Haus. Ja, beide waren da. Boah, der ist bei A. Ach, schon wieder? Jo. Frau Verwirrung. Wir rennen halt immer über B und über Mitte und er rennt halt immer über A. Oh, das war keine. Oh, ne, das ist anderes auch noch, ne? Ja, stimmt. Och, ey, jo. Ja, wenn er nicht sterben will. Ja, dann komm mal. Ja, die Fall brauche eigentlich nur drei Hits. Aber juck dir nicht. Ja, und das gewinnt. Mit Amos nichts ist gewonnen. Nils, das Spiel läuft doch ganz gut. Ja. Leider legen sie sich nicht so drüber über die W.A. 2000 auf. Ja, du hast dich aber aufgeregt aufgeregt über Team. Ja, weil ich gegen dich nicht mit der W.A. 2000 spielen wollte. Ja, weißt du, weil ich mich das schöne immer so drüber aufreg. Ja. Oh, da hast du mal noch. Ja. 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 Ja, das ist ein Save. Der Keller hat kein eiskalt, ne? Ne, bei Keller war das noch verkauft, als er angefangen hat. Ja. Ja, auf dem Level alleine hat's noch keiner. Ja. Ja. Selbst wenn, juckt ihn nicht. Was. Kelle hat noch nie ne klasse mit eiskalt gehabt. Kelle hat noch nie ne eiskalt gehabt. Das ist voll jung. Ne, ja. Hat noch nie ne eiskalt. Aaaahhh. Wieder B lang. Dein Ernst, Kelle? Hm? So ne klasse, dein Ernst? die klasse störe das dümmste überhaupt um sich nicht zu verraten wieder b lang die dürfte doch die dürfte mich hätten gut umdrehen der andere war hier auch bei mir und ist an mir vorbeigerannt bei 20 Meter oder so ich konnte leider nicht reagieren weil ich geflasht war oh man Kellen blindfisch kam der andere aus dem Busch Kellen blindfisch hier ich hab beide laufen sollen oh man Kelle ich dachte schon das war es mit mir Call me Mitchell Mitchell Kanzler oh geil eine Halle ohne Glas da nice oh ja die wurde bei dem noch am Spawn gezündet ich hab ihn eben klicken hören ok ich irgendwie nicht die Bombe wurde platziert hab ich doch richtig gesehen oh der ist in der Mitte auf dem komischen Gebilde da drauf hinter mir hast du ihn? nein hat er dich? nice ja hier ist ein Spot hinter den Schrank ja nice oh man natürlich prallt die oben gegen das Geländer und fliegt dann nach oben auf die Dingens ach scheiße ach scheiße ich hatte dich eben geflasht ne Eike ja ich wurde vollflasht äh scheiße ich hab gedacht ja kannst du dir als Support geben während ich schnell defuse weil die jetzt hinter mir hauen suchen und zerstören dass sie verteidigen und beide keine Eiskalt oh da hab ich grad auf der Minimap geguckt hat geiles Jonas hat gesagt oh beide keine Eiskalt da wurde uns noch nicht mal angesagt dass die eine Drohne gezündet haben oh da waren sie schon drei tics oben ach ich kann ja mal sagen wo die sind ne 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 ganz nicht einer ist bei B irgendwo nö der andere ist bei unserem Spawnhaus nö ne doch äh der andere ist bei B ne ne natürlich ist er da ne 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 wir haben ja nur beide auf ihn geschossen ne ja durch beide ging es doch nicht angeschossen ju ich glaub die Runde werde ich verlieren ja glaub ich nicht alles im Stuhl er ist B oben das ist A aber ok I know what you mean Jonas ja ich hab auch geschossen aber ach ja ja wir sprich waren entschieden und so muss auch mal sein den hab ich schon gesehen oh er ist eh gestorben das fast leben wir ja ja du hast doch gar keine Denke nicht gekriegt spaßt und lass warten mal ein bisschen ok ax okay ja juu gehabt dass ich da bin er gerade vor fünf sekunden getötet ja er wusste es einfach ist das ganz genau der ecke ist das ist jetzt passiert ja klar ist die noch umlaufen ja die ist noch ein bisschen keller geht eigentlich ja jetzt pass auf clay auf sich selbst flaschen kann er nicht mehr von daher ist der diffuse safe ja erst mal noch die füßen das Klasse? Ne, erstmal wieder die Fusen. Keine Sammlepunkte. Richtig. Ich hab' noch einen. Ich hab' noch, ne? Ah, ja. Na ja, hast du dich. Hä? Lol, der ist jetzt schon bei der A aufs Bond. Aufs Bond? Aufs Bond ist der. Ach, der ist immer die Hartle Rush. Oh. Aufs Bond? Oh, ja. Hartcampen oder Hartle Rushen. Das kann ich. Ja, meistens campen. Na, die letzten zwei neue auch nicht hartgecampt. Oder einfach, äh, sterben. Die Bond wurde platziert! Klasse wechseln, ja. Oh, wo ist B denn ganz? Oh, doch, okay. Der ist hier noch näher gekommen. Oben! Okay. Schade. Ich guck' gerade nach oben. Guck' wieder nach unten. Da liegt ja ein Leiche an der Treppe. Aber, ey, ich hätt' meinen mitgegeben. Ich wär' auch jetzt auf die Fecher gewesen, hätt' ich ihn gekillt. Mhm. Suchen und zerstören! Weiße, ich kann Jonas noch mal rushen. Jonas geht auch immer... Ja, ist halt ein geiler Sport. Nee, es rollt genau. Juhuu! Noch ein Arbelchen am Spawnen. Ah, LOLL! Ja, hab' aufgehört zu schießen. Jonas hat eben bisschen Schluckermotor. Na, Jonas, bist du im Last Bobby? Ja, ab noch nix. Ey, liegt der im Last Bobby? Ach, das sollten wir auch sterben. Ja, wenn Elke an den Ort trifft, dann kann man halt nix dafür. Das Ziel zerstören! Du das! Die letzte Runde hatte ich geschehen. Geht jetzt. Er ist bei A? Jonas auch wieder bei A, oder wat? Oh! Ich bleib mal hier! Verwirrt, wo? Jonas das? Weiß ich nicht. Wer ist einfach in der A-Halle drin? Ja, auch einer. Ja. Ja, von der A-Halle kommt man aber auch problemlos zur B-Halle, ne? Ja, stimmt. Ja, das ist Jonas. Du hast jetzt... Du hast jetzt... Oh, irgendwas wird erschießen. Aua! Bist das Ding eigentlich noch drauf? Ja, das freut mich auch gerade, ey. Die Zeit wird knapp! Backele? Backele? Was? Alter, das Ding ist immer noch nicht weg. Du bist als einziger übrig! What the fuck? Jetzt ist es, glaube ich... Alter, eineinhalb Minuten, ey. Ich war noch hinten in der Spawn-Halle. Das war nicht so geil. Oh, hängig. Holt fest, ne? Hat der Kelle denn die Bombe dabei? Hä? Hä? Der hatte die Bombe dabei? Was? Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei! Die Kelle hat jetzt sicher da, der Kelle ist da fertig und bequem gemacht. Ja, woanders kann ich ja nicht mehr. Alles normale Jumas im Blick. Dann kam die Granade und, äh, da hat der Kelle deine Hummel im Arsch und ist losgesprintet. Und da war ich recht gestorben dabei. Ja, da war ja wohl klar, Gette, dass du das nicht mehr überleben wirst. Ähm... Okay, weiß mehr. Bei mir war es mal näher und hat nur ein Elf. Oh, sitzt der da im Headglitch, Alter. Hä? Nice! Ich weiß! Sag doch so nichts! Oh, lol! Der sitzt da um der Ecke! Ich hab das auf dem Herbst schon gesehen gehabt. Ja, okay. Oben! Oben! Ach, oben! Oben? Oben? Die Setcamperricks, ey! Ah, er hat wieder hingebieselt. Nils, wie sollt ich den denn sehen? Den? Augen Augen Augen! Ich hab immer den gesehen! Der war doch voll nicht im Sichtfeld. Natürlich war der richtig! Naja, als Zuschauer Aster war er aufn anderes! Ah, als Zuschauer man größeres! Oh, jetzt verteid ich den Umfeld! Ja, verbrüht du den Weg! Du bist doch scheiße, Nils! Elf, elf, Telle, elf, Wasser, ver... Aber das finde ich nicht so Porno, muss ich sagen. Wo warst du die denn her? Oh, hab ich mir ein paar Runden aufgespart! Hast du die im Lotto gewonnen? Oh, vor mir! Halt ich auf dem App! Guck, du! Ups! Ja, muss ich nur schnell meine Klasse wechseln! Ich war halt ein bisschen überrumpelt von Kelle! Ich hab gedacht... Oh, scheiße! Das ist ein Projekt! Ja, das hab ich! Ja, das hab ich! Boah, zum Glück hast du nicht geneift! Kelle hätte mich so sauber weggeneift! Nils wahrscheinlich auch! Ich wollte das nicht! Boah! Boah! Wo hast du... Die hab ich gerade gewonnen erst! Die feindliche Stone! Boah! Weißt du ja nicht, welche deiner ist und welche nicht deiner ist! Weiß ich nicht! Okay! Ist mutig, ne? Dann hab ich die richtig erwischt! Ich wollte Gott sagen... Ich weiß gar nicht, wird die eigene überhaupt angezeigt? Ja, ich glaub schon, aber... Guckt er nach oben! Ja, eigentlich schon! Sinnig! Ich schieße immer auf die, die ich zuerst sehe! Alter, das funktioniert immer! Weiß ich nicht! Und ich weiß nicht mal, ob man auf die eigene schießen kann! Juh! Wo ist der, wo ich bin? Der ist schon in der Oldspot! Boah, eigentlich noch ein bisschen! Der ist da oben, äh, oben! Ja! Oben, oben! Hallo! Feel safe, feel safe! Ja, ja! Noch 15 Sekunden! Oh, das ist gar keiner! Nice! Oh! Falsche Taste! Ey, ihr nehmt sie nicht! Ja, was soll ich machen, Alter? Ja, ist safe! Och Mann, das hast du auch zu deiner dran, ey! Zuerst F gedrückt und dann dreimal E, bis er die Scheiße aufgenommen hat! Boah, Egoi! Und dann hat er die einfach wieder abgebrochen, Alter! Genau! Du bist ruhig! Du hast dich mal geflasht und hast es dann nicht geschafft! Du bist der größte Kack-Loop, das übertrifft keiner! Außer man defused gar nicht! Hahaha! Ja, ja! Oh, das war auch zu geil! Boi! Schluggerin! Enemy on fire! Jonas bei A, sagst du? Boi! Boi! Jetzt ist er auf jeden Fall bei B! Ah, ich liebe A! Jetzt hat er auch keine Nade mehr! Boi! Boi! Hinter mir! Äh, hat er die Bombe fallen lassen! Hat er nach Falschmeck! Hilf! Ich hab alle sehlen auf dich! Hmmm? Bockel, Bockel! Es war bei B! Ja, der muss zu A kommen also! Oh, fuck! Stimmt, wie kann man die Clemmeser nicht mehr aufheben, ne? Nöööööööööö... Blackups ging das... Ja... So, Blackups... Ich bin einfach das schrecklich, er hab' die Kacke gelegt... mw2 ist aber deutlich geiler als black ops ja wo black ops 1 ist noch geiler als mw2 halt coole waffen und nicht overpowered killstreaks leute ist da rausgesprungen das geht irgendwo denn da hat er bei mir da oben der halle durchgang zu b ja sprinnt die bombe ja die aug ist einfach geil österreichische qualität österreichische qualität vorräte sind unterwegs das ist so lange ich mir über den das ist nicht so axämt, gell? ah ne, das ist auch gell, das sagen die nicht der ist nicht Switzer gell? na, das sagen die ist Switzer wo ist denn der? weiß ich nicht bei A glaub ich hier ist das für ich ein bisschen erschrocken, aber sah aber das nicht aus das ist ja bestimmt der war mitte ihr holt noch auf, das klingt so geil ja, der macht noch mal ein paar Kills wir lagen 6-11 hinten, glaub ich wir lagen auch schon 9-1 hinten das stimmt auch 8-1 auf jeden Fall ne, 9-1 9-1 auf jeden Fall auch ok, naja, das weiß ich nicht mehr aber, ah, wird trotzdem wir verteidigen hier schon ganz schön viele Matchbälle das wird, irgendwann wird schief gehen glaub ich ja, die wird schief gehen vielleicht können wir noch eine holen, oder? Mal gucken einer ist, äh, mitte runter gesprungen zu A A also wird mich Jonas hier empfangen Moin ne, Jonas, der ist bei mir er ist da, ne ja, beide machen die Mann von zwei Seiten gekillt ja, was soll ich machen? wir haben ein paar Kills ja, aber was soll ich, wie soll ich das machen mit die von beiden Seiten kommen? ja, mit der Waffe ich hatte keine dafür ist sie ja da ja, ich hab das Schild du spielst kein Schild ok ich hab die falsche Tasse gesehen hast du was gesehen? oh, ich hab was gesehen also ich habe nur Sicherheitsmaßnahmen für mit Scheren und Atem, ok? ja, ich will's hoffen gut der Arno macht ah, Seitenwechsel naja das war's glaub ich ja, ich glaub die Strine hält jetzt nicht mehr den Seitenwechsel naja, das Seitenwechsel wird nicht funktionieren ah, das ist ne T-Sided Map was willst du machen? ah, hast du alles kalt? ja Mal nach Arzt schicken. Ah, nee, nichts gefunden. Hallo, ich bin der Calvin. Nee, hallo, ich bin der Nils. Wir haben schon wieder so ein anderes Klopfen. Ja. Meine Eltern sind schon im Bett. Wie muss früh Schicht ab? Ja, Mitte einer. Hab ich. Nice. Nils stehen geblieben. Oder was ist das? Das ist noch verlieren, ne? Oh, shit. Ja, du hast auch keinen gemacht. Hello. Ja, ich war's. Das ist ein ewiger Schatz, Jan. Dass sie verteidigen. Verbindete Predator-Rakete-Wahlflug. Aha, sagst du? Oh. Da war Kelle. Den hab ich nicht mal gesehen auf der Map. Das war lustig. Du scheiß ich nie, wie du erprägt hast, Elkia. Ja, komm, ich hab... Du warst, glaub ich, nicht mal... Ich war in letzter Runde auch schon mehr. Ah. Der ist A. Ja, ich weiß, dass du A warst, aber ich dachte, du campst in der Halle. Duck and cover! Duck and cover! Na, ich bin im Last Bobby im Cover. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Nice. Jonas! Schlecker! Gar nix machen. Gar nix machen. Ja, aber ich weiß nicht, welchen Last Bobby er hat. Hat er den, der wieder aufsteht? Nee, nee. Nee, nee. Nee, hab ich nicht. Eigentlich nicht. Naja. Der hat nämlich den. Oh, Mann. Ey. Ja, das ist nämlich nur meine Schuld jetzt. Ah! Meine Schuld! Jawoll. Alle drei diese Runde. Easy. Ja, sorry, keine Arbeit. Du warst echt nicht in der Predator zu sehen. Ja. Das Problem ist, die war... Die war schon kurz auf dem Boden, bevor die zu A geschwenkt wurde von mir. Deswegen warst du wahrscheinlich nicht mehr in dem Feld, wo ich dich sehen konnte. Das war ja egal. Ja, egal. Aber haben wir einen Fall. Ja, easy. Easy einfach. Ja, haben wir eben eine Chance, den neuen Eintritt zu nehmen. Zack.